Ja, hallo, der Michael von Trader hier. Ja, jetzt hat uns doch tatsächlich zum ersten Mal auch mal eine Zusendung mit gefälschten Magic-Karten erreicht. Hier beim Gauntlet of Might ist es noch relativ einfach zu ersehen. Also wer da gerade auslesen kann, der sieht schon im Namen der Karte, da kann doch irgendwas nicht richtig sein. Die wird wohl nicht echt sein. Wäre aber sonst eine Karte, die halt mehrere hundert Euro bringt. Schwieriger wird es dann zum Beispiel bei einem Revised Demonic Tutor. Aber da sehen Fachleute einfach, die Karte ist zu frisch. Und auch wenn man sich mal die Rückseite anschaut, so sieht Revised einfach nicht aus. Die ist auch noch einfach zu frisch gecuttet im Endeffekt. Und ja, es gibt da diverse Tests wie den Band-Test, wo man die Karten biegt oder den Lupen-Test im Endeffekt. Da muss man schon genau drauf hinschauen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, einfach Karten nebeneinander zu legen. Das zeige ich euch gleich nachher nochmal, um dann zu sehen, ja, oder hier von der Stanzung her entsprechend. Aber das sind halt so Fallen, in die man, also die Karten sind alle gefälscht, die wir jetzt hier zeigen. Sind alle dann nicht echt. Und da seht ihr auch, dass auch mittlerweile auch kleinere Karten wirklich einfach gefälscht in den Markt kommen. Hier auch schon mit Wasserzeichen. Hier hat jetzt zum Beispiel der Lupen-Test ergeben von der Rückseite her, dass einfach da, ja, die Karte definitiv nicht echt ist aufgrund diverser Mängel. Als Beispiel haben wir nochmal hier den Force of Will rausgenommen aus Eternal Masters im Endeffekt. Da kann man halt in die Falle treten, wenn man selber nicht so versiert ist, beziehungsweise die Karte vielleicht einfach nicht nochmal vorliegen hat, um sie mal nebeneinander zu legen. Da machen wir das jetzt einfach mal, dann sieht man ziemlich direkt, wenn man das Original daneben legt, guck mal, die Farbintensität ist doch allein schon eine ganz andere. Also hier können wir nochmal sagen, welch wäre da, guck mal, das ist Original, das andere ist Fälschung, so nach dem Motto. Aber die Möglichkeit hat ja nicht jeder. Deswegen da Vorsicht beim Online-Kauf auf irgendwelchen dubiosen Plattformen oder je nachdem von jemandem, der noch nicht entsprechend bewertet ist oder so. Also das ist tatsächlich nochmal eine Sicherheit, die der Kauf beim seriösen Händler bietet. Ja, wir wollten es euch mal zeigen, denn auch für uns ist das jetzt so ein Fall, wo wir gedacht haben, ja, was machen wir denn damit? Wenn wir es jetzt zurückschicken, dann geht es ja sehr wahrscheinlich trotzdem in den Online-Verkauf. Zerstören dürfen wir es nicht. Insofern haben wir jetzt diese Sendung einfach dann mal der Polizei übergeben und dann sollen die damit glücklich werden. Alles klar, so ein bisschen Aufklärung von unserer Seite und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit Magic the Gathering. Ciao!